2010 trat die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf EU-Ebene in Kraft. Neben denen anderer Gruppen umfasst sie die Menschenrechte Blinder und Sehbehinderter. Ziel dieser Konvention ist eine vollumfängliche inklusive Gesellschaft für alle Menschen. Nach über zehn Jahren sehen sich Blinde und Sehbehinderte in Europa jedoch immer noch mit vielen Herausforderungen im Alltag konfrontiert. Davon werden sie ihnen berichten und aufzeigen, welche inklusive Lösung sie vorschlagen, damit ihr Leben besser wird. Aber sehen sie selbst und erfahren sie, was sie tun können, um diese Welt inklusiver zu gestalten. Artikel 29 Recht auf Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben Eine effektive, anderen gleichgestellte und vollumfängliche Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben blinder und sehbehinderter Menschen stellt ein Menschenrecht dar. Jedoch können sie ihr Wahlrecht nicht in jedem europäischen Land selbstständig ausüben. Kein europäisches Land spiegelt den prozentuellen Anteil von Menschen mit Sehbehinderungen durch die Anzahl der Mitglieder im Parlament wieder. Ein Mann mittleren Alters wendet sich zur Kamera. Mein Name ist Erik Bergquist und ich bin zurzeit Mitglied des Europäischen Parlaments. Als ich zwei Jahre alt war, bekam ich Probleme mit den Augen, Entzündungen und danach Glaukom. Ich würde sagen, das Schwierigste war für mich die Logistik, also von einem Ort zum anderen zu kommen. Das ist das größte Problem, würde ich sagen. Aus Brüssel Wie beeinflusst das dein Leben als Politiker? Nun, einige Dinge sind natürlich schwieriger, weil ich die Körpersprache der Leute nicht sehen kann und man merkt ja, wie wichtig das ist. Ich habe nur die Stimme, um herauszufinden, ob die Leute zustimmen oder nicht, einen Witz machen oder so. Dadurch werden Wörter und die Betonung der Leute immer wichtiger. Zwei Zuschauer schauen von der Rückseite der Kammer des Europäischen Parlaments aus zu. Hast du das Gefühl, deine Rechte wahrnehmen zu können? Ja, das Gefühl habe ich schon. Ich würde sagen, dass das Wahlsystem unnötig kompliziert für alle ist. Aber ich bekomme Hilfe, damit ich es nutzen kann. Eine andere Sache, die schwierig ist in der Politik, ist, dass du wissen musst, was die Leute so denken, worauf sie reagieren. Zum Abschluss würde ich sagen, Behinderung ist etwas, was sehr stark von der Umgebung abhängt und eigentlich nicht von der Behinderung an sich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den BSVÖ, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich, unter www.blindenverband.at, einem Mitglied der Europäischen Blindenunion, EBU. Dieses Video wurde unterstützt durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft, V-Programm der Europäischen Union. Das Video wurde unterstützt durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft, V-Programm der Europäischen Union. Das Video wurde unterstützt durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft, V-Programm der Europäischen Union. Das Video wurde unterstützt durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft, V-Programm der Europäischen Union.